Wir lieben den Papsterturner, er erzählt lang und breit, was Turnen so bosken und wer wo rumkommt. Doch plötzlich fängt jetzt sein Stift in unserer Post. Wir suchen eine Erklärung und erfahren sie wie Busch. Der Zeitungsvertrager hat uns gutmütig berichtet, er hat die ganze Auflage CO2-neutral verrichtet. Vielen Dank.